Und da kommen wir heute auf The Wealth of Nations, also der Wohlstand der Nationen, ein Werk, das Adam Smith geschrieben hat. Der Wohlstand der Nation entspringt dem arbeitenden Menschen, also nichts hier mit Cum-Ex, Verkaufen, Wiederverkaufen, Staatsgelder en masse einstecken, auch der Aktienhandel, das Spekulieren damit war noch in weiter Ferne. Adam Smith, der schottische Philosoph und Nationalökonom, war vor ungefähr 300 Jahren geboren. Er wurde heute vor 300 Jahren getauft. Hier der Beitrag von Martin Busch. Eine zivilisierte Gesellschaft freier Individuen. Welcher Rahmenbedingungen es dazu bedarf, ist, was diesen Denker zunächst interessiert. Und so schreibt Adam Smith über den Menschen an sich und noch nicht über Arbeitsteilung und Handel sowie den daraus resultierenden Wohlstand. 1759 erscheint die Theorie der ethischen Gefühle. Schon hier erwähnt der Professor für Moralphilosophie eine bis heute gebräuchliche Formulierung. Von einer unsichtbaren Hand werden sie dahin geführt, beinahe die gleiche Verteilung der zum Leben notwendigen Güter zu verwirklichen, die zustande gekommen wäre, wenn die Erde zu gleichen Teilen unter alle ihre Bewohner verteilt worden wäre. Die unsichtbare Hand als Teil der menschlichen Natur. Selbstregulierung. Adam Smith ist ein Philanthrop, ein Menschenfreund. Ein starker, gar autoritärer Staat ist bei ihm, anders als bei Thomas Hobbes 100 Jahre zuvor, nicht nötig. Sympathie lautet der Schlüsselbegriff. Allerdings das englische Sympathy im Sinne von sich in andere hineinversetzen können. 1763 tauscht Adam Smith den Hörsaal gegen eine Reisekutsche. Als Tutor begleitet er einen jungen Adeligen auf dessen Bildungsreise nach Frankreich und in die Schweiz. Man trifft Voltaire, macht mit Hilfe des Freundes David Hume die Bekanntschaft Diderots. Danach dreht sich die Gedankenwelt des Adam Smith ausschließlich um die Volkswirtschaft, deren Kern die produzierten Güter sind. Der wahre oder Realpreis eines Dings, dasjenige nämlich, was ein Ding den, der es sich verschaffen will, wirklich kostet, ist die zu seiner Beschaffung erforderliche Mühe und Beschwerde. Was ein Ding demjenigen, der es sich verschafft hat und darüber verfügen oder es gegen etwas anderes vertauschen will, wirklich wert ist, das ist die Mühe und Beschwerde, welche er sich dadurch ersparen und dafür anderen Leuten aufhalsen kann. Bis Sätze wie diese gedruckt erscheinen, vergehen über zehn Jahre. An inquiry into the nature and causes of the wealth of nations. So heißt das Ergebnis seiner ökonomischen Überlegungen, kurz und auf Deutsch, Wohlstand der Nationen. Ganz nebenbei konzipiert Adam Smith das Bruttosozialprodukt. Die jährliche Arbeit eines Volkes ist die Quelle, aus der es ursprünglich mit allen notwendigen und angenehmen Dingen des Lebens versorgt wird, die es im Jahr über verbraucht. Kein Wunder, dass auch Karl Marx sich ein knappes Jahrhundert später von Adam Smith inspirieren lässt. Insgesamt gilt der Schotte aber als Vorreiter der freien Marktwirtschaft. Liberalismus, nicht Sozialismus, wird mit ihm, der ein Jahr nach der Französischen Revolution stirbt, assoziiert. Eine Ellenbogengesellschaft in einem globalisierten Raubtierkapitalismus hat Smith allerdings nicht gewollt. Die Wohltätigkeit ist die Verzierung, die das Gebäude verschönt, nicht das Fundament, das es trägt. Gerechtigkeit dagegen ist der Hauptpfeiler, der das ganze Gebäude stützt. Der Wohlstand der Nationen und die Theorie der ethischen Gefühle überleben ihn. Alle weiteren handschriftlichen Aufzeichnungen verbrennt er wenige Tage vor seinem Tod. Untertitelung des ZDF, 2020